So, hallo liebe Leute, wir sind hier wieder in unserer Wir-wollen-reich-werden-WG. Ich habe mal noch die Pause-Taste gedrückt, weil ich habe denen hier so etwas Hübsches hingestellt und auf einmal sehe ich hier aus dem Augenwinkel, da kommt Hulk vorbei. Ja, da habe ich so bei mir gedacht, wow, die wollte ich euch unbedingt zeigen. Die sieht so richtig schön grimmig aus. Das ist hier die Mewe-i-Mest, oder wie die heißt. Die wohnt hier gleich um die Ecke. Und ich muss schon sagen, ja, schick sieht es hier aus, hier alles schick in grün. Ja, wie soll sie sonst auch aussehen hier? Welche Farbe sollten die Wehrwürfel hier haben? Die könnten vielleicht noch pink oder lila sein. So, mal schauen, was sie macht. Kommt sie hier wieder angelaufen? Vorher lief sie dann hier nämlich so merkwürdig. Wollen wir einfach mal loslegen. Na, komm. Was tust du? Ah, uah. Ui. Und weg ist es. Naja, das wollte ich euch nicht vorenthalten, weil das fand ich einfach nur genial, was ich da so dachte. Was ist das? Na gut, so, was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier eine wunderschöne Tischtennisplatte. Da würde ich einfach mal sagen, hey, Hannah, spiel doch mal ein bisschen Tischtennisspiel mit Luisa. Oder, genau, du brauchst ja nicht schon wieder am PC sitzen. So, und der James, ähm, der müsste mal in die Briefkasten gehen, weil wie ihr seht, ähm, haben wir jetzt nur noch 469 Simmelons, weil, ja, wir waren halt dick shoppen, ne? Ähm, nee, du sollst eigentlich, ähm, nicht malen und du solltest Tischtennis spielen hier mit der Hannah, ne? Also nochmal Tischtennis spielen mit Hannah, so, sollt ihr nicht immer das machen, was ihr wollt. So, James, ab an den Briefkasten. Ähm, oh, da gibt es auch schon die erste Rechnung, waah. Wir haben noch kaum noch was. Wir wollen mal hoffen, dass, ähm, der Rest dir was bringt. Ja, jetzt bist du schon wieder mit deinem Dram beschäftigt. So, und ihr zwei Süßen? Äh, 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 jetzt seid ihr auch, äh, ein bisschen talentfrei, kann das sein? Sieht genau so aus, als wenn ich, äh, Tischtennis spiele. Ja, wo ist der Ball hin? Äh, ähm, ja, besser kann ich das auch nicht. Wenn überhaupt. Ja, ich glaube, die Luisa ist da ein bisschen besser als du, kann das sein? Äh, äh, na, lassen wir euch mal hier noch so ein bisschen, ähm, hauptsache, ihr habt noch Spaß. Das ist ja das Wichtigste. So, James, wie sieht's aus? Rechnung hast du bezahlt? Und hast du dein Zeug, äh, abgeholt? Ähm, Moment, ähm, was haben wir denn hier Schönes? Ähm, ähm, ja, ja, da haben wir. Ach, die Frisbeescheibe. Ich hab nämlich noch so eine Frisbeescheibe. Und diese Edelsteinschleifmaschine, habt ihr die gesehen? Hab ich da hingestellt, hat der Heinrich schon gesagt, warum ich mir keine gekauft habe? Ich hatte die sogar schon als, ähm, Wunsch hier gebunkert, aber das hab ich irgendwie vergessen. Aber gut. So, ähm, was haben wir denn hier? Ein Ovalschliff, Tobin, äh, 43. Naja, das ist jetzt nicht so, ähm, der Birne. Was haben wir noch? 117,5, schon ein bisschen besser. Da haben wir unsere Rechnung gleich schon wieder drin. Der Mondstein, der haut hier natürlich rein mit 1095 Simmelons. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Gold, auch nochmal knapp 500, na, super. So, dann, äh, würde ich mal sagen, wir haben unser Geld fast wieder drin. Das ist super. Und, ihr beiden, seid ihr noch am Spielen? Hat jemand gewonnen von euch? Hab ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Na gut, das wird dir nix. Ich würde mal sagen, Luisa, ähm, du kannst dich jetzt mal um deinen Garten kümmern. War, der wuchert hier sonst langsam zu. Ähm, Garten pflegen so. Und die Hannah, die soll, nein, die soll nicht nach Ägypten. Die soll sich ein Drang einholen. Ich habe nämlich hier mich nachts ein bisschen umgeschaut. Der James war die ganze Zeit wach, ne, der war ja putzmunter durch seinen Drachen. Also habe ich den einfach mal die ganze Nacht angelassen. Und dabei, äh, nach Eiern gesucht. Und hier ist eins. Hier habe ich eins gesehen. Das werde ich euch mal zeigen. Das liegt hier nämlich gleich. Moment, hier in der Ecke. Man soll aber gleich hingehen und sich das unter den Nagel reißen, bevor das irgendein anderer tut. Was haben wir da noch? Äh, Metall, ja, das kann man natürlich auch erstmal sammeln. So, und natürlich das Ei aufheben, genau. So, Zeit die, was? Die Knoppenkelle zu zücken und die Kunst des Testständis zu erlernen. Meistere den Aufschlag und spiele den Peil hin und her. Ja, das ist das Prinzip. Bis der perfekte Zeitpunkt für einen Schmetterball gekommen ist, der deinen Gegner alt aussehen lässt. Ja, ich denke mal, so bei eurem Talent dürfte das, ähm, noch weiter dauern. So, ähm, Hanna, du bist auf dem Weg. Was machst du? Ach, du spielst noch Tisch, denn das ist okay. Dann werde ich dich mal da rausholen. Und die Luisa, die sollte ja eigentlich, ähm, ihren Garten machen. Das tut's okay. So, James, ja, du sitzt schon wieder an der Ecke und liest, ähm, ich habe doch hier das Festgelände hingebaut. So, das darfst du nämlich gerne mal besuchen, das Sommerfest. Das ist mein, ja, besucht das jetzt, ja. Das ist mein Festgelände. Das habe ich mal selbst gebaut, weil, äh, die anderen, die haben mir halt nie so wirklich gefallen. Und, ähm, ja, ich hatte hier also eine Rollstuhlbahn und, ähm, Fußballfeld und natürlich hier diese Sommer-Schnack-Schnack-Stände und Eis und, ähm, hier diese, ja, ja, diese Dinger da zum Fotografieren. Wobei, eine richtige Fotokabine, genau, die habe ich mir auch noch. So, und, ähm, wenn Musetag ist, das könnt ihr wissen, dann liegen die hier alle faul auf den Biegen rum. Wobei, witzigerweise, ich jetzt hier andere liegen stehen habe. Ähm, ja, das liegt vielleicht daran, ich habe mir das einfach mal von meinem Profil runtergeladen, weil ich hatte jetzt, ähm, keine Lust, erst in meinen Spielständen zu suchen, wo ich erst das Festgelände drin habe. Das war in einem anderen Spieleordner und da dachte ich, ach, das geht schneller. Ja, so, du bist, ähm, am Mahl. Nee, Moment, ähm, warum bist du in der Badewanne? Habe ich nicht gesagt, du sollst da die Drachenschenke besuchen, hä? Habe ich da was verpasst? Hörst du noch mal? Ähm, wo war ich jetzt? Moment, ähm, jetzt bin ich irritiert. Da ist sie, ne? Nee, ähm, jetzt bin ich hier auf der falschen Seite. Da habe ich einmal zu viel gedreht und hier ist die Drachenschenke. So, die solltest du doch besuchen und nicht in der Badewanne rumhümmern. Hä? So müsste ich bist ja nun auch wieder nicht. Hm? Und dann gleich mal noch das Metall einsammeln hier, ähm, einmal sammeln, bitteschön, junge Frau. Ne? Sollst dich doch nicht meinen Befehlen hier wieder setzen. So, und das Ei, bevor das weg ist und sich das irgendein anderer unter den Nagel reißt, so wie bei dem anderen Drachenei. Aber momentan, ähm, ja, der Laden scheint nicht allzu gut zu laufen. Hm, hm. Keine Besucher, noch nicht. Hoffentlich bleibt es auch so, bis du hier bist und dir dieses Ei geholt hast. Sonst wäre das natürlich sehr ärgerlich. So. James, du bist wahrscheinlich, ähm, am Fußballspiel. Ah, ja. Und, ähm, spielt noch einer mit dir? Wo bist du? Da? Spielst du alleine? Spielt keiner mit dir? Hm, tja. Sag ich mal drüber nach. Oh, guck mal hier. Noch so einer hier. Der sieht so, ähm, daneben aus. Ein kleiner, mehr jungen Mann. Na gut. Was haben wir denn hier noch so? Ähm, sind denn hier so ein paar Leute unterwegs? Hat sich das jetzt hier langsam gefüllt? Da ist wieder diese Omi, die sie neulich nicht laden wollte. Ja, haha. Nee, ich glaube, das war der Alkohol, ne? Ach, jetzt hier, du, ne? Erstmal schön Eis holen hier. Na, dann mach das mal. So, ähm, Hannah? Bist du am Ei? Ja, das hat sie gut. Dann wird schnell nach Hause damit. Damit dir das auch niemand mehr wegnehmen kann. Äh, was macht eigentlich Luisa? Ähm, ja, Luisa, die ist hier noch fleißig am Umkehrtnern. Hm? Da bist du eins mit der Natur. Ach, ja. Deswegen zieh vor sich hin. Ja, das scheint ihr Blut zu liegen. Und da hast du aber noch mehr zu machen, ne? So. Ähm, James? James ist immer noch am Eis essen. Wie wär's denn hier mal mit nem Wettbewerb? Ne, ist gar kein Eis mehr. Oder? Ah, jetzt wird's am Wettessen teilnehmen. Na, dann mach das mal. Mal sehen. So, da können wir schon mal, ähm, die Luisa, die ist noch am Gärtnern. Und die Hannah ist jetzt zu Hause mit ihrem Ei. Dann kannst du das gleich mal absetzen und mal losquasseln. Dann haben wir nämlich endlich mal noch ein zweites. Ähm, mit Ei reden. Ähm, nee, erstmal absetzen was. Moment. Hey, absetzen. Hol's erstmal raus. Ja. Oh, mein kleines Baby. So, ja, da red mal über das Wetter. Und dann red mal über körperliche Stärke. Und dann red mal... Hm, ja, wir machen einfach mal hier alles so ein bisschen, oder auch nicht, Freunde. Paradoxon. Ach, Wetter. Ich glaube, ich hätte gerne so Grün. Oder das. Oder... Ach, wir nehmen einfach mal alles. Da bist du erstmal eine Weile beschäftigt, ne? Das braucht auch noch eine ganze Weile. Und du? Du bist immer noch am Gärtnern. Oh, oh, das kann doch noch was werden. Und stinkt. Du saust schon wieder fürchterlich. Ah, ah. Oh, James, du bist doch ein Bettessen. Wie schlägst du dich? Hm? Na ja, ich würde mal sagen, so viel Konkurrenz hast du nicht. Sollte vielleicht zu schaffen sein. Wer ist das hier? Ähm, Riley, Kursen. Wie? Romus. Na ja. Nein, 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 ihr Ferkel. Hä? Wie macht die eine Sauerei? Ah, Luisa hat Garten Level 5 erreicht. Das ist natürlich toll. Jetzt kann sie schon ungewöhnliche Samen aussehen. Das finde ich immer toll. Da weiß man nämlich immer nicht, was dabei rauskommt. Ich glaube, wir haben auch schon welche. Erjatsi, ne? Seltener, ne? Unbekannt? Oh, du hast abgelost, James. Oh. Und wie lange brauchst du denn noch hier, dass der schon so lange vor dir fertig ist mit seinem lila Bart? Sehe ich das richtig? Oder ist das jetzt hier eine optische Täuschung? Ja, jetzt wusstest du. Ja, Vanilla Ice 124. Da hast du ja hier einen tollen Loser hier bereitgestellt. So, ansonsten, ja, wird es hier langsam dunkel. Wir schauen mal, was die Hanna macht mit ihrem Ei reden. Und? Was sagt das Ei? Wie lange braucht das noch? Ach, das ist noch eine ganze Weile. Und die Luisa? Oh, oh. Du Schweinchen. Oh, die Köche des Restaurants haben gespannt auf dich gewartet, aber das Einzige, womit du geglänzt hast, war deine Abwesenheit. Versprich nie wieder etwas, das du nicht halten kannst, vor allem wenn es um leckeres Essen geht. Ja, das haben wir, ähm, vergessen und verdrängt nicht mehr dran gedacht, aber egal, wir warten auf die nächste Herausforderung. Wir haben auch noch gar keine Rezepte, ich hab gar keine gekauft, ne? Ne, naja, gut. Was hat sie hier noch? Wildpferd beobachten. Naja, muss das sein? Etwas in der freien Natur ernten? Ach, dazu weiß ich nicht. Ähm, wir haben noch keine weiteren Wünschungen. Was ist das? Mit einem Sim-Huf-Eisenwerfen. Naja, wenn du schon mal dabei bist, könntest du das machen. Energie aufladen. Bitte nach Hause laufen. Was ist das? Ach, hier, die Grußkartenfoto. Genau, diese Grußkartenfotokabine. Jetzt haben wir es. Ähm, mit Rasensprenger? Achso, ja, klar, das ist ja hier, da habe ich ja hier Trick 17, ne? Das sieht dann halt so aus, als wenn wir hier mit diesem Brunnen spielen, was natürlich nicht geht. Das tun sie auch nicht. Sie spielen mit den Rasensprengern, die ich da ringsrum gebaut habe. Aber das ist eine schöne optische Täuschung. Das gefällt mir. So, ansonsten ist hier, ehrlich gesagt, nicht so wahnsinnig viel los. Also, der Bär steppt hier in diesem Ort, in dieser Nachbarschaft. Definitiv nicht. Da hinten, da versuchen sich noch zwei, ähm, beim Rollstuhlaufen. Ist ja auch ein tolles Bärchen hier. Ich denke mal, du kannst erst mal nach Hause gehen. Wie spät haben wir es denn hier überhaupt? Na, guck mal, 20.15 Uhr. Und wie du siehst, es geht ihm immer richtig, ja. Dann werde ich dir wahrscheinlich die ganze Nacht wieder, ähm, anderen Schicken. Ach, die Frisbee-Scherbe, ja genau, die hast du auch schon. So, Hanna, wo bist du denn überhaupt? Und was machst du? Du kochst? Sollte das nicht eigentlich die Luisa machen? Das ist doch hier unsere Kochvieh. Na, egal, wenn du so hungrig bist. Was macht denn unser Ei? Das braucht immer noch eine Stunde. Wie spät? Na gut, warten wir. Machen wir aus. So, Luisa, ähm, du liegst in der Badewanne und ja, du bräuchtest auch dringend deinen eigenen, persönlichen Drachen. Aber jetzt haben wir erstmal einen und den hat eigentlich immer der James gebunkert. Ähm, ja, der ist hier glücklich und zufrieden, der braucht gar nichts weiter. Ähm, eigentlich könnte man dich ja dann nochmal irgendwo hinschicken. Ansonsten, ja, du könntest hier mal dieses Bild verkaufen. Ähm, wir kannst so viel Simmelons, ähm, das ist ja mein Vermögen. Ja, aber die brauchen wir auch nicht alle sammeln und ins Haus aufhängen, diese kleinen Kinderbilder hier. Ah ja, da haben wir, glaube ich, vielleicht später schönere Gemälde. So, Lana, du kannst eigentlich noch ein bisschen mit dem Ei sabbeln. So, was ist denn jetzt kaputt? Machen wir erstmal schauen. Was ist kaputt? Ach, das Waschbecken, na komm, dann kannst du das gleich mal reparieren, bevor du dich hier fürchterlich aufregst. Na, Herbstsalat hast du schön gemacht. Den stellen wir mal weg. Ja, ja, aber, äh, äh, jetzt stellt sie sich hier auch noch. Bist du aus Zucker oder was? Oh, ist er geschnüpft? Ne, das war die andere Drache. Wie lange braucht er noch? Der braucht noch einen Moment. Ähm, James, ja, du spielst hier mit deinem Drachen. Mit deinem Rot, eigentlich könnten wir den mal umnennen hier, Roter Drache, das ist ja kein Name. Ähm, ja, ähm, Chili. Chili hört sich gut an für Roter Drachen. Da können wir ja mal schauen, was wir für einen Drachen bekommen, was wir denen für einen Namen geben hier. So. Wo ist eigentlich die Luisa hin? Ach, die liegt noch in der Badewanne, ne? Ja, na, denn mal schnell, ne? Hättest du mal in der Badewanne ja gemacht, ne? Dann wäre jetzt hier vielleicht, äh, das wäre ein Problem weniger. Wolltest du nicht in deinem Badewasserpiesel? Das ist ja... So, ah, das Baby ist kurz vorm Schlüpfen. In der Dusche machen die das ja, ne? So. Noch sieben Minuten. Na, dann bin ich jetzt mal gespannt. Vier, drei, zwei, eins. Und, geht's los? Und, da bin ich jetzt gespannt. Was kommt dabei raus? Ein lila Drache. Oh, bist du ein Hübscher. Bist du ein Hübscher. Und meine Sims regen sich hier alle fürchterlich auf über alles Mögliche. Ich weiß noch nicht über was. Ähm, ist das Klo kaputt oder was? Oh ja. Ja, das habt ihr jetzt davon. So, Luisa, du solltest einfach mal schnell was... Oh, weißt du was? Spiel du doch mal mit dem Drachen. Ähm, spiel mal mit dem Drachen. Mal sehen, ob hier noch was hoch geht. Und die Hanna, die geht ins Bett. Ähm, du solltest eigentlich auch mit dem Drachen spielen, würde ich mal sagen. Ansonsten, äh. Aber ich bin jetzt erstmal gespannt, ob jetzt hier irgendwas passiert. Mach mal. Los, Luisa. Guck mal, der macht hier so eine schöne... Nicht so mit Feuer, sondern hier so eine schöne Sterne oder was das immer ist. Weiß ich nicht. Ja, warte, warte. Und, geht hier was hoch? Oh, nicht Hunger und auch nicht Energie. Dazu musst du wahrscheinlich mit dem anderen Drachen spielen. Na gut, dann lass es sein. Dann ist was. So, ich würde mal sagen, ähm, an der Stelle machen wir jetzt hier auch Schluss. Meine Sims hier sind noch nicht so ganz, die Hanna ist auch schon etwas, äh, die macht sich wahrscheinlich gleich in der Hose. Und dem Einzelnen, den jetzt wirklich prächtig geht, ist immer der James. So, na dann, ähm, ja, viel Spaß noch, egal was ihr noch zu tun habt. Und, jo, wir sehen uns. Tschüssi. Wir sehen uns, was wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.